So was machen wir heute? Isolationsbalken für die Risikogruppe. Die Balken. Soll ich das jetzt nicht an den Arsch klemmen? Achso, ich hätte meine an den Arsch geklemmt, wenn ich hier vorfahre. Soll ich das nicht an den Arsch klemmen? Soll ich das nicht an den Arsch klemmen? Soll ich das nicht an den Arsch klemmen? Das gibt so eine Passage. Ich bin jetzt schon zweimal gefahren, die ist sausteinig und verblockt. Und hier direkt mit so ein bisschen Röll unten vor so einem Abhang oben. Und dann ist es eine Frage des Mutes und ob du dir eine Wege kennst, ob du dich da runterrauscht. Das ist eine Frage des Mutes. Jetzt kennt ihr mir so. So ein bisschen Schisser. Oh, sie sind nach unten. Das ist ein 3 m breites Feieraufwicht. Das ist ein 3 m breites Feieraufwicht. Musik Das ist genau die Filme, wo ich immer gesagt habe, wenn du dort durchgehst. Genau das Stück, aber dann hammert. Ich glaube, ich trinke mal was. Ja, genau. Das hat mir so gefehlt. So, die technischen Dinger haben wir ja so, Waldpark. Das war's, ne? So, hau rein. Komm, gesund, heilig. Du auch, ne? Bis dann, tschau. Also, to be honest, ein annermal gerne, aber heut beim Erschumor mit dem Rad muss ich's jetzt nicht haben. Du weißt schon, wie das ist, wenn du im Krankenhaus bist, wenn ich da keiner Besuche kommen darf. Steckt da doch schon mal dran. Dann. Dann.